So, da bin ich wieder und ich bin mir jetzt absolut sicher, dass ich Lufia 2 spiele. Denn ich habe mich in meiner Pause nochmal nachgeguckt und habe bemerkt, dass der Teil, den ich immer gespielt habe, auch wirklich Lufia 2 war. Also ich habe nie Lufia 1 gespielt. Also Lufia 2 habe ich natürlich auch nie gespielt, nur am Anfangs ein bisschen. Von daher kann man es immer noch ein Blind-One nennen. Ja, und ansonsten habe ich mal ein bisschen mein Mikrofon lauter gemacht. Und den Sound vom Spiel, der ist vielleicht doch ein bisschen zu leise. Einen Moment. Das ist vielleicht scheiße, dass ich da jetzt aufnehme. Egal. Ich mache den mal auf 7. 7 ist gut, ja, 7 müsste gehen. So, und jetzt müsste man meine Stimme eigentlich hoffentlich gut hören und sollte nicht mehr Hintergrund vom Gedudel der Musik sein. Gut, ähm, ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Genau, ich bin in diesem Dorf und habe bisher nicht viel gemacht. Gut, dann sprechen wir noch weiter mit den Bewohnern. Hallo? Ups. Was ist denn blöd? Ah, okay, ich muss mich nochmal an die Steuerung gewinnen. Letzte Nacht sah ich einen roten Lichtball in die nördliche See stürzen. Was das wohl bedeuten mag? Tatsächlich, das war wohl der rote Ball, den wir im Intro gesehen haben. Ich habe in den letzten Tagen grausame Visionen gehabt. Ich hoffe, sie werden nicht eintreffen. Visionen. Na, der gibt sich das Recht, das Visionen zu nennen. Der weiß doch nicht, ob es eintrifft. Oder ist das ein Wahrsager? Oder merkwürdige Leute in diesem Dorf, oder? Und ich glaube, sei gegrüßt, ähm. Nun ist die Zeit gekommen, da dir die Mysterien der Höhlen offenbart werden. Na, alter Sack, der mir irgendwas unterrichten will. Auch ein gängiges Klischee in Rollenspielen. So, willkommen in Taya. Das Spiel gefällt mir eigentlich jetzt schon. Also, es ist merkwürdig. Ich bewege mich und es gefällt mir, mit dem Held rumzulaufen. Wie so doof das auch klingen mag. So, also das ist dann die World Map. Okay, AP kenne ich dann leider noch ein bisschen. Also, ich habe aber nicht mehr gute Erinnerungen. Genau, jetzt werden wir lernen, dass die Gegner sich nur bewegen, wenn wir uns bewegen. So, ein paar nutzliche Techniken. Zunächst muss ich mit dem Bewegungsmuster der Monster vertraut machen. Soll ich eher vielleicht wie ein alter Sack klingen? Ich probier's mal. Sie bewegen sich nur, wenn du dich bewegst. Also, nur keine Panik, wenn sie sehr nah bei dir sind. Na, da kommt ja ganz zufällig ein Blob vorbei. Zeig mir, was du kannst. So, die sind... Ups. Ja, ich sollte ja eh gehen, die Kämpfe. Ich wollte aber ja noch vorher ein bisschen ausweichen. Und das ist auch nett, wir müssen die Taste gedrückt halten. Werdet ihr vielleicht nicht wissen, was ich meine, aber... Egal. Es spielt sich schon lustig. Kann ich allen sagen, den Unterspielen schon mal, die es nie gespielt haben, aber darauf weiss nicht. So, ich kann mal gucken, was jetzt für den Zauber haben. Was wird zur Ausrüstung? Weder eine Zornattacke. Ups, Messer, Leinmattel... Ach, ich glaube, unsere Gegenstände haben irgendwie so spezielle Kräfte, die wir einsetzen können. Okay, dann werden wir einfach den normalen Angelegen. Roter. Ach, Schaden. Wie toll, wir haben acht Schaden gepläfft. So, das ist das, wo bekannt ist, so ein Spiel. Ich hoffe, ich booste jetzt nicht so sehr ins Mikro, das passiert mir, glaube ich, öfters in letzter Zeit. Da ist unser M. Blobs haut der weg wie nix. Aber immer schön auf der Hut sein. Manche Monster sind flotte Flitzer. Oh, ich hab vergessen, wie ein alter Mann zu reden, aber ich glaube, das hat euch nie gestört, oder? Lass dich nie von ihnen einkreisen. Sie können sehr unangenehm werden. Da sie sich nur bewegen, wenn du dich bewegst, solltest du immer erst denken und dann handeln. Auf geht's in den nächsten Raum. Ja, ich wünsch, das wäre immer so einfach. Wir können erst denken, während wir gerade gegen unseren Schulhof-Kameraden uns prügeln. Blöder Vergleich, oder? In diesem Raum probieren wir das Ringmenü aus. Es erscheint, wenn du Select drückst. Wähle damit dem Steuerkreuz aus. Bis jetzt besitzt du nur den Pfeil. Das wird sich bald ändern. Okay. Ich muss an meiner Betonung achten. Tony, wie verschieden, glaube ich. Wenn du mit dem Y-Knopf ein Pfeil auf ein Gena schießt, er startet, er vorübergehend. Wie sagt man doch? Monsters, die starr sind, beißt nicht, oder? Genau. Na, Startegener kannst du beruhen, ohne dass es zu einem Kampf kommt. Die Stände aus dem Ringmenü stehen dir in unbegrenzter Zahl zu Verfügung. Mit Select und Y hast du das Ring im Griff. Du wirst es gut gebrauchen können. Das liegt jetzt an dir, ob du den Blob bekämpfst oder er nur ein wenig erstachen ist. Äh, ich denke, wir werden ihn erstarren lassen. Aber mal ebenso will ich wissen, wer für die... Synchronisation verantwortlich ist? Da, was ist ja hoffentlich nicht auch in der Englisch-Presente. Ah. Ich meine, gibt es... sind Dialogen so nicht zum Trommel? Monologe, oder? Der alte Sack redet ja nur mit sich selber. Anscheinend ist er hält so stumm wie eh und je. Wunder, der hat doch vorhin geredet. Ja, der hat doch vorhin gerade gelabert. Aber jetzt labert der nicht. Tja, sieht nicht gut aus mit der Brücke. Tja, ich habe das mal gehabt vorhin. Tasche. Äh, ein Pfeil. Oh, den kann ich immer wieder schmeißen. Geil. Finde ich gut. Auch wenn es nicht logisch ist, aber... So muss ich nicht ständig aufsteigen. Aber hier ist auch noch eine Tür hier. Geh lieber. Okay, die ist verschlossen. Ach cool, wir können auch mit dem Schwert schlagen. Also wie gesagt, das hätte ich... Ich habe das schon mal gespielt, aber... Nur den Anfang und ich, ja, habe ich ja nicht so gut. Ja, der Spaß muss bleiben. Okay. Tja. Der Raum wäre auch bestanden. So, was müssen wir wohl jetzt tun? Hier, die Tür scheint mir verschlossen zu sein. Kannst du sie öffnen? Oben links ist ein kleiner Schalter hier zu sehen. Stell dich einfach drauf. Äh, ich will aber sofort... dieses Teil draufstellen, weil ich nicht noch mehr Zeit verschwenden möchte. Ups. Jetzt kann ich durch. Em, du bist ein Talent. Einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Iiii. Ich habe hier noch nicht den Zauber geleben, den du unbedingt brauchst. Das ist der... Ursprungszauber. Wenn du in einen Raum die Säulen lustig hin- und herschiebst, musst du an eines denken. Lustig hin- und herschieben. Oh mein Gott. Säulen kann man zur Seite schieben, nicht ziehen. Wenn du sie an eine Wand schiebst, hat der Spaß ein Ende. Auch eine Usch- und Brunkzauber hilft dir aus dem Patsch. Es ist ja auch so ein Spaß, irgendwelche Säulen hin- und herzuziehen und uns dabei abzurackern. Es stellt den alten Zustand des Raumes wieder her. Sogar die Monster rücken wieder an ihre vorherige Position. Da dieser Zauber keine MP verbraucht, kannst du die guten Gewissens oft anwenden. Mit diesem Zauber kann dir kaum noch etwas passieren. Da-da-da. Kann ich auch vor ein entgehender Kampf einfach den Ursprungszauber einsetzen und... Egal. Die Fragen kommen später. Äh... Tja. Ist ja ein richtig rätselbasiertes Spiel, wie mir scheint. Wenn du diese Pfeile auf dem Boden siehst, kannst du nach unten springen. Komm, trau dich! Welche Pfeile auf dem Boden? Ach, diese Pfeile auf dem Boden. Oh, ich wollte aber erst den Träger da ansprechen. Wow. Ja, ein sehr rätselbasiertes Spiel. Auf jeden Fall. Und viele überschüssige Räume. Ah, eine Ex. Die nächste Tür öffnet sich nur, wenn du alle Monster besiegst. Ich stelle meine Stimme immer hin und her. Aber... Wenn du keine Hinweise oder ähnliches finden, ist das Besieg aller Monster immer weg. Darum werde ich mal alle Monster besiegen. Ha, nimm das mal. Verdammte Exe. Das hat keinen Sinn. Das hat mir mehr Sinn, die Echse einfach kaputt zu prübeln, anstatt sie mit Pfeilen zu werfen. Äh, warum werfen wir auch nicht mit Steinen? Das tut mir viel mehr weh. Zumindest, wenn man sie wirft. Auch schlau gemacht. Ich kann, während ich klettere, nicht werfen. Okay, das ist wohl selbstverständlich. Klar, ich bin auch immer zauber. Ich bin auch immer zauber. Ich bin auch im Kampf ein bisschen. Kann ich sogar. Äh, ich aber jetzt nicht. So, und unser Protoklop ist auch Geschichte. Große Sache, große Sache. Aber das Spiel macht mir echt schon jetzt Spaß, muss ich sagen. Es ist nicht ohne guten Klassiker. So, lass mich ran. Äh, zu schnell, zu spät. Ich kann die Dinger zerschneiden. Und zerschneid werde ich jetzt das Video, denn es geht erst im nächsten Part weiter. Bis gleich.